Aussteigen, Pick-up, nein. So. Au. Jetzt werde ich mal schnell nach Hause fahren. Kurz auf der Karte gucken, wo wir zu Hause sind hier. So. M. Heieiei. So. Voll beladen. Oh Gott. Ah, ah, heiseriser, heiseriser. Heieiei. So. Au. Geht weg. Ich hätte nicht mit dem Kran rumspielen sollen. Wer der fahrt. Hilfe. Boah, oh Gott. Ich habe mich erschreckt. So. Hofeinfahrt. Hallo. Hallo, meine liebe Frau. So. So. Wo fahre ich jetzt damit hin? Schade. So. vielleicht in der Nähe vom Hühnerstall ich steig mal aus Hühnerstall Aufnehmen, Schindeln, Holzdielen Alter Holzdielen mit Holzdielen Ok, jawoll Ok, so funktioniert es halt so Schick Alter Holzdielen mit Holzdielen Zack und zack Ok, geil Das wird ja wirklich alles neu hier Also Hühnerstall brauchen wir schon mal, einfach nur Holz Zack und zack Zack und zack Na, komm Was war es schon? So, das ist mal ein schicker Hof hier Bühnerstall wird modernisiert Und das nur weil ich jetzt einen Transport LKW habe Zack und zack Zack und zack Das ist aber gemein Janet, sag mal was Ich habe nicht genug Holz gekauft Entschuldigung Ja, hallo Schatz Hallo Schatz Servus Schön Wie geht es dir? Schön dich zu sehen meine Liebe Wie geht es dir? Wie geht es gut Schatz? Danke Danke Okay Kann ich noch mehr mit dir reden? Hallo Schnuckelchen Schnuckelchen Guten Abend Schatz Guten Abend Naja Von mir aus Brauchst du etwas Schatz? Brauchst du etwas Schatz? Nein Im Moment nicht Oh Na gut Genieße den Tag Ich wäre früher gekommen Hätte ich gewusst Dass ich eine Schönheit wie dich treffen würde Du bist ein echter Charmeur, oder? Ja, bin ich So, danke Mist Da muss ich wohl noch ein paar mehr Sachen kaufen früher oder später Ich möchte mal kurz hier hinten auf die Felder schauen So So Geerntet 80% Okay Dann möchte ich Dieses Feld Kultivieren Das muss kultiviert werden Okay Äh Kultivieren Bitte So Jetzt You have just higher work to coordinate Start Okay Er wird bald anfangen Da hinten kommt er schon Wollen wir uns jetzt mal vom Mähdrescher aus angucken Ich komme leider nicht hoch Okay Der eine wird Es fällt fliegen Der andere macht ein bisschen Düngerzeug drauf Hopp Mh Ich komme leider nicht hoch Ah Hier kommt der nächste Warum ist das jetzt so verschwommen Warum ist das jetzt so verschwommen Ist das so warm hier Okay Er bringt man den großen Flug mit Und was er macht Man müsste eigentlich so Mist streuen Kultivieren Kultiviert Ach und dann kommt Dünger drauf Okay Gepflügt 20% auch Geil Gut Ähm Ich wollte Ich wollte Ich wollte ein Dings ausliefern Genau Sam Dafür brauche ich mein Fahrzeug Pickup Wo ist mein Pickup Ja So Transport 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 Ähm Liefern wir Ein Paket Aus Tralali Und tralala Ein Tausend Ein Tausend Ein Tausend Tausend Meter Die Kiste ist dreckig wie Scheiße Was sollen wir da machen 3.700 Euro 3.700 Euro haben wir zur Zeit Oder Goldmünzen Ich bin jetzt nicht ganz sicher wie die Währung hier in dem Spiel war Auf jeden Fall der Pickup hier fährt ganz knapp 60 kmh Der Erntrer, den wir gerade für 20.000 plus Sozialpunkte gekauft haben, schafft annähernd 70. Und da war er... Eure Taschen voll beladen? Mist. Okay. Aussteigen. Steve. Steve, wo bist du? Steve Hock im Hühnerstand. Wow. Gott. Äh, ja. Gut. Geil. Geil, geil, geil. 2,5 Kilometer wieder. Das ist weit weg von zu Hause. Eigentlich nicht. Könnte ich... Dann nehmen wir den Pick-up. So weit ist das ja nicht. Benzin hat er auch noch, den Pick-up. Mist. Unterwärts, hochwärts. Das war die falsche Richtung, oder? Oh nein, hier ist ein Weg, hier ist ein Weg, ein Weg, ein Weg, ein Weg. Da drüben ist nicht eine Trasse. Oder? Doch. Nein. 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 Komm, Kämpfe. Kämpfe. Jawohl. Uh. Motorcross mit einem vollgeladenen Pick-up LKW. Links oben ist da. Transport LKW. Kran. Teil. Lieferservice Fahrzeug. So. Hi. Kollege. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke, ich habe noch etwas für dich. So. Gut, 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 gut! Schindellen. So, jetzt würde ich gern wieder nach Hause fahren. Denn ich möchte meinen Hof noch ein wenig modernisieren und schließlich ein bisschen Baumaterial gekauft. Wir haben noch Farbe über und Rauputz, Feinputz, irgendwelchen Ziegel. Wo lagere ich das am dümmsten? Ich kann das ja nicht die ganze Zeit auf dem LKW stehen haben, oder? Schwere Frage. Ah, stehen bleiben. Wollen doch hier rein. Ah, Hilfe, ein Reh, zwei Rehe. Hilfe, was macht die bei mir? Grundstück. So, gut, steigen wir aus. Was haben wir hier? Schindeln. Metallplatte. Nehmen wir mal. Können wir die hier anfringen? Können wir die hier anfringen? Knöner Star, Knöner Star, E. Metallplatten, Pam. Okay, geil. Wir machen ein Metalldach drauf. Musik